Ich bin Köchin geworden, weil ich sehr gerne kreativ bin und mit anderen Leuten arbeite. Mir ist Nachhaltigkeit in den Produkten sehr wichtig, weil man die Region unterstützen sollte. Zu meinen Lieblingszutaten gehören Kräuter, am liebsten direkt aus dem Garten. Unter Wettkampfsdruck wirke ich vielleicht cool, bin aber sehr nervös. Um an einem Hochwettkampf teilzunehmen, muss man körperlich und mental topfit sein. Ich habe so viel bekommen, ich möchte jetzt von dem etwas zurückgeben. Das ist für mich Tatendrang.